Jo, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe ihr habt viel Spaß und ja, es ist, wir spielen heute auf dem Server DustMC.de Wie nennt sich das Spiel? PirateCraft? Ja, PirateCraft. Falls ihr es kennt, ist so eine Bad Wars Nachmacher. Wie tut jetzt mein Ton hier? Ne, der geht mir hier richtig auf den Sack, da geht der Turm einfach vielleicht auf 5 Pro so. So, ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß beim Video und dann, ja, viel Spaß halt. Wie viel kostet ihr denn so ein heftiges Schwert? Oh, ein Eisenschwert für 20 Pro. Genau so. Hier haben wir hier gleich weiter aus Usi. Nein. Oh, was genau? Das haben schon ein bisschen was. Jo. Auf jeden Fall, ich werde euch mal hier wissen, alles leiser stimmen. Jo, alles klar. Richtig Spaß. Gleich ne Schelle. Uiuiuiui. Och, ist der geläftet? Ne, aber wo ist er? Nicht brenn, nicht brenn, nicht brenn, nicht brenn, nicht brenn. Attacke! Piraten! Zsp, 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 zsp. Jop, zsp, 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 zsp. Jop, ein leichter Bo. Da mir dann ne Bo und und Bau, unendlich Bo und ein Pfeil. Das kann ich mir nicht mehr verpaufen. Ja, so ein 5 Pro, oh, covering is a nice good thing. Viele bräuchte hierfür so ein heftiges Schwer. 5. Hoi. Ein richtig. Gucken wir mal, ob er welche hat. Gucken wir mal, ob er welche hat. Blöcke, 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 blöcke. Gucken wir mal, ob er nur 15 Blöcke reicht. Food. So, meine Freunde sind leicht nur gezeigt. Oh ja, und jetzt auch mal in der Axt, würde ich mal so knallhart sagen. Dann kommen die zweiten noch ein. Okay. 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 Jetzt geht's. Spur. Spur. Ja, jetzt, Alter. Jetzt. 5 L-Papiere. 1. 1. 2 Und da ist die Nummer schaden. Ja, ich habe zur Zeit noch nichts gesagt, ich schwöre nicht ins Wasser, jo, ins Wasser geht das Sprung. Es ist ein Wunderbar, das ist ein Wunderbar, das ist ein Wunderbar. Oh nein, ich habe das Wunderbar. Das ist ein Wunderbar, das ist ein Wunderbar, das ist ein Wunderbar und das ist ein Wunderbar. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Irgendwie komme ich hier hoch. Ich versuche mich jetzt einfach mal schnell hoch zu kommen. Oh, das leckt so doll. Das tut mir echt leid, aber das ist wirklich, es ruckelt ganz schön heftig. Der Arsch. Kannst du mal mit meinem Laptop nochmal eine neue Runde, falls es euch gefallen hat. Wollt ihr mir das trotzdem sagen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Ja, ne? Erstmal einen kleinen Cut, weil jetzt passiert kurz eh nichts. So, jetzt ist die spannende Phase und der Spawnblock wurde auch zerstört, wie im Stand steht. Der Spawnblock von Team Blau, Team Blau bin ich. So, jetzt mein Teamgate geht aufs Boot und ich hoffe, dass er vielleicht vom Boot runter kommt, also vom großen Schiff und dann vielleicht runter läuft. Ich weiß ja nicht, wo er ist, ich sehe ihn ja nicht. Und da mein Teamate ein guter Teamate war, habe ich, wenn er den kriegt, dann schenke ich ihm den Köln. Gut, wir haben gewonnen. Ich würde sagen, das war's denn für diese Folge. Bewerten, kommentieren nicht vergessen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao!